Naja, es ist besser als gar nichts. Und du Nudel, du sagst einfach nicht, dass du Geburtstag hast. Also ja, sag ich einfach mal, alles Gute zum Geburtstag. Und ja, ich weiß, dass du gerade geschrieben hast, du willst nicht großartig feiern und nichts kaufen und was weiß ich was. Und deinen Kekskuchen kann ich dir leider auch nicht machen. Aber ja, ich hoffe, du hast dir noch einen schönen Geburtstag. Und nächstes Mal sagst du es uns früher.